Wer hat an der Uhr gedreht? Wer hat an der Uhr gedreht? Sag es! Ist es wirklich schon so spät? Wir sind wo wir sind. Irgendwo. Wir laufen gegen Sonnenuntergang. Hier ist der Pox. Wo ist der Corti? Der ist da. Hier nehme ich eigentlich Super Mario auf. Welches Super Mario meinst du jetzt? Mario Maker oder Super Mario World Let's Play A Hack? Da sind natürlich auch wichtige Informationen, die ich gebrauchen könnte. Das eine mit der Capture Cup. Das andere mit Dextry? Nee. Alles mit Bandicam. Was ich sagen muss, was ich jetzt aber sehr interessant finde. Ich spiele auch Animal Crossing. Maker mit der Capture Cup. Das ist... Das ist nicht Corti. Nee, ich bin hier. Mach das Licht wieder an. Echt ey. Mach die Funzel an. Mach die Funzel an. Da ist ja. Wo ist denn hier der Voice Chat? Wo der Voice Chat ist? Äh auf Warte. V. Achja. V. V. Das ist... Wir sind übrigens... Wir sind übrigens nicht rassistisch, aber du bist ein Schwarzer. So. Darf ich ihn erschießen? Oh, der ist wirklich komplett schwarz. Also... Okay. Dann lass uns mal weiter. Wir... Wir lassen ihn jetzt mal wirklich am Leben. Aber wie hat der uns gefunden? Immer doch. Ich hab das so leise. Das wird man fast nicht. Leute, wartet auf mich. Schnell, hau ab. Bevor uns der Corti erwischt. Was? So. Du... Du machst Licht. Ich erschieße ihn. Du machst Licht. Ich erschieße ihn. Okay. Ah! Hilfe! Ich mach Licht. Du erschieße ihn. Fängt das Erschießen nicht... Der läuft mit uns. Verdammt. Der soll in den Stream gucken. Und ich mitlaufen. Ein bissel. Was sagt er denn? Braucht ihr Licht? Denk mal, der macht jetzt gleich Tag. Oh, jetzt wird's nass. Ja. Immer bei Nacht. Wird's immer ein bisschen feucht. Ja. Kennst du das nicht? Und wie ich das kenne. Ja, ansonsten an die ganzen Zuschauer. Ja, ich hab wieder... Er ist ein Admin. Oh ja. Das wussten wir doch. Naja. Äh, ansonsten an die ganzen Zuschauer. Ich hab mir die Haare abgeschnitten. Hab sie jetzt hier wieder auf kurz. 21 Millimeter. Was? Ja. Na, der Corti hat noch nie jeden Livestream geguckt. Ja, wie dann? Stimmt, weil... Oh, ich hab ne Bärenfalle aus Duplen Dingsis bekommen. Die hat ja immer so gut funktioniert beim letzten Mal. Keine Sorge, die funktioniert. Ja? Hast du dich schon selbst drin gefangen? Nein, ich nicht. Äh, doch. Hat er. Nicht direkt. Komm. Stimmt, ich hab dich mitgefangen. Richtig. So, jetzt muss ich doch mal ganz kurz hier den Stream nochmal anwerfen. Er hat, ähm, so richtig schön da ne Falle hingetan und sagte, ja pass auf rechts da ist ne Falle. Hä? Was für ne Falle. Während ich das gesagt? Ja. Ja. Was? Ja, Entschuldigung. Achso, er hat seinen Livestream woanders angemacht. Ah. Oh, ich hab gar keine Munition. Oh mein Gott, nein. Er ist leer geschossen. Oh, Trose, nee. Das geht ja mal gar nicht. Was? Blaupausenteil. Ey, hab ich noch nicht. Es fehlt mir noch in meiner Sammlung. So, Dose Thunfisch, schauen wir da Blaupausenteil. Wie viel hab ich da mittlerweile? Oh, ich hab ein Savage-Temmer. 149. Ah. Du weißt doch, ich hab immer mehr. Egal wo. Ähm. Nuted Hemd. Nuted Hemd? Nuted Hemd, ne? Jute, gut. So, jetzt guck ich mal, wo wir heute sind wir. Wir sind fast da. Ähm, hier ist, wo seid ihr? Was? Wollte ich sagen, mich hat was angeleuchtet. Hier ist schon wieder. Leute, die haben uns alle gefunden. Die haben uns alle gefunden. Es ist doch nur einer. Nee, ist noch einer. Hier ist der HTB. Leute, wie seid ihr? Okay, wir verstecken uns. Hallo? Ich renne zur Basis. Ich renne zur Basis. Ich hoffe, dass wir unsicher wischen. Wo ist die Basis? Folg mir. Solange du mir folgst. Ich folge dir unanfällig. Anwesend. Ist das denn alles voll so in Österreich? Oder doch? Weiß nicht, ob es ein Österreicher ist. Keine Ahnung. Weiß nicht, das ist auf dem österreichischen Server, aber jetzt nicht so abwegig, oder? Natürlich. Warum nicht? Leute, wo seid ihr? Bei der Basis. Wo ist denn die? Guck doch auf deiner Karte. Am Ende der Karte. Stimmt. Wo latsch ich dann rum? Woanders. Wollt mir mal die YouTuber angucken? Ja, nee. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Das sind nicht die Druiden, nach denen du suchst. Die was? Ne, das sind nicht die YouTuber, nach denen du suchst. Ich such grad die Hütte, Mann. Und werde währenddessen noch verfolgt. Wir sind doch gleich an der Hütte. Ja, hier ist die Red Town. Ah, was ist das? Waaaah, supi. So, wartet mal, ich glaub da ist der Weg. Wann guck ich euch nicht auf die Karte? Was? Das sind ja super, 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 super nette Admins, ne? Wenn die einem sogar Licht machen, also auf Tag umstellen und so. Ja. Cool sowas. YouTube-freundlich, muss man sagen. YouTube und Twitch und Stream freundlich und alles. Vor allem. Sie haben aufgehört mich zu verfolgen. Juhu. Suchen sie wahrscheinlich uns. Brotten sie sich wahrscheinlich zu uns. Ah, da seid ihr. So, und jetzt. Bumm, alles kaputt. Oh, Mauern, Mauern, Mauern. Ich brauch wieder Steine. Oh Gott. Hätt Hesmet Gloves aufgehoben. Wo sind die jetzt? Ach, hier. Oh. Yeah. Leute, mir ist kalt. Ich friere. Wo seid ihr? In der Red Town. Sollen wir dich wärmen oder was? Kuscheln. Oh, komm her Gott. Die kommen einmal kuscheln. Ich hab mich in der Red Town hier mit der Brücke hier oben. Hier hätten wir unsere Basis reinmauern sollen. Nee, du kannst in der Red Town nix bauen. Was? Was? ReadyBot. Hat irgendwas von sich gegeben. Ah, ReadyBot hostet mich für 10 Minuten. Das heißt also, ReadyBot zeigt jetzt an, dass der Troplay, dass ReadyBot streamt. Und die Leute werden dann hier auf diesen Kanal weitergeleitet. Das ist hosten. Oh ja. Das kannst du genauso. Du kannst also sozusagen wie ein Hitbox, kannst du auf deinen Kanal gehen und kannst sagen, gut, ich hoste jetzt den Troplay. Hm. Das ist jetzt unsere Basis. Hä? Bin ich jetzt total besoffen. Ja, auch das. Achso, da ist er ja. Ich bin einmal um den falschen Stein gerannt. Also Leute, ich bin an der Basis. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich bin ja auch da. Könnt ihr ihr beiden mir mal erklären, oder auch der Chat an alle Zuschauer, was meine Katze mit diesen Festplatten-Sicherheitsverpacken hat. Also ich hab mir grad eine neue Festplatte gekauft heute Morgen. Am Sonntag vor allem, klar. Also ich hab mir eine neue Festplatte gekauft. Sonntagmorgen. Und meine Katze schlägt die ganze Zeit an der Verpackung. Du bist ja an dieser Statik-Verpackung. Hm. Hm. Ja, meine Katze schlägt auch die ganze Zeit an irgendwie Plastik rum. Keine Ahnung warum. Mit? Oh, hein. Hein nicht mehr gesehen. Oh, und trotzdem wiedererkannt. Verdammt. Oh, oh, hier sind Steine. Steine, Steine. Die nehm ich immer alle. Ey. Meine. Mach dir Augen zu, dann siehst du was deins ist. Auf der Sicht. Ich will nicht die Augen zu machen. Bist du noch Steine? Ich hab noch welche. Ich brauch keine. Meine auch. So. Äh. Kein Wunder, dass ihr nix für ne Truppe. Gibt euch ja auch Stoff. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich wieder schuld, ne? Immer. Immer. So, Fox. Das find ich aber auch gut. Ja? Jetzt wirst du gleich erstmal hier ein bisschen was sehen. Und zwar werde ich jetzt hier ne Mauer bauen. Die Mauer muss weg. Ne, wir bauen uns doch erstmal hin. Ja, das mit der Mauer. Das dachte ich mir auch mal. Und, äh. Wow. Ist das geil. Fox, du stehst genau da drin, wo ich bauen möchte. Entschuldigung. Mach doch nichts. Das ist geil. Äh. Ich seh grad nix. So. So. Tododododo. Ich bin immer der Mauernbauer. Ähm. Nein. Ich hab nix gegen die Ostdeutschen. Überhaupt nix. Jedenfalls nicht effektives. Ja. Ne Mauer hat auch nicht geholfen. Kann mir jetzt mal einer sagen, wie ich hier trinke aus dem Ding raus? Hast du ne Feldflasche oder irgendwas? Nein. Musst du mir jetzt was machen oder wie? Ja, ansonsten müsste eigentlich auch Drink stehen. Ach hier. Da brauche ich nicht mehr Fett dazu. Verdammt. Äh. Warum kann ich jetzt nicht mehr bauen? Alter, was baust du denn hier schon wieder hin? Na, was sieht's aus? Eine dicke, fette Mauer. Ah, der Gotti aufgepasst. Mit Stacheldraht gleich. Nächster, was los? Verdammt, ich kann die Mauer nicht weiterbauen. Ja, pst, hab was für dich. Oder? Oh, cool, danke. Hm. Ich bin zumindest bei der Türleiner draus. Ist die, habt ihr jetzt, ist die jetzt besonders teuer oder günstig oder wie, 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 wie? Verhält sich das mit dem Ding? Was, die Mauer? Ja. Tausend Steine. Komplett auf den Server an, ne? Achso. Oh, immer diese Sprengsätze. Warum hast du da gerade an unsere Wand geschlagen? Ach, ich, mir war danach. Warum kann ich jetzt hier die Mauer nicht weiterbauen? Ich hab doch vorhin auch in den Schrank gesetzt, ne? Der müsste doch eigentlich dann... Ach, Gott. Scheiß drauf. Ah, ja. Ähm, lieber Korti. Ja. Du weißt, was ich möchte. Die Gewalt aus dem... Wenn man so ein Schwein schlachtet, ist schon ganz schön. Wieso hast du jetzt den Korti geschlachtet? Nein! Hab ich auch gar nicht. Warum wirbt das Schwein wie ein Pferd? Also... Also... Was? Äh, warum hast du mir jetzt hier Rauch? Egal. Warum liegt's hier Stroh? Warte, machst du ne Maske auf? Ach, egal. Scheiß drauf, komm her. So, jetzt müssen wir mal was testen. Oh, jetzt gibt's hier jedenfalls endlich mal Holz, ey. Jetzt können wir auch mal unsere Bude ein bisschen aufrüsten. Wir können ja mal schreiben, aktivier mal den Heli. Nee, du, muss nicht. Aber wundern wir, wenn ich sowieso, dass der so selten kommt. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass der ein bisschen öfters kommt. Ist doch gut. Nein, das ist... Ja, genau. Ja, relativ. Also sagen wir's mal so. Es ist aber trotzdem ne Herausforderung. Ein bisschen Nervenkitzel wär dann da. Ja. Ich meine, du bist ja auf einem freundlichen Server. Und dann sagen sie, Töte mich nicht. Ich kann jetzt schlecht sagen, Ey, Admin, wir möchten gerne gegen dich kämpfen. Oh, echt. The server now has a new message of the day feature provided by Notifier. Aha. Yeah. MOTD. Und du erfährst, was die Nachricht des Tages ist. Wir werden berühmt, wir hatten YouTuber auf dem Server. Hä? Was hat's mit der Gitarre aus? Ich kann die zwei Töne spielen, oder wie? Nee, nee. Ich bin nur... Ich bin auch mit dem Maushofen runter dabei. Fox hat die Gitarre für sich entdeckt. Juhu. Endlich Spielzeug. Sehr froh, dass du die Kamera nicht hast. Aber ich glaube, die Kamera ist nur für... Oh. Blümchenleder. Blümchenleder. Was? Blümchenleder? Ja, Blümchenleder. So, noch einer. Wir können ja doch beim Gründen. Ja, warte, ich kram mal meine hier vor. Na, super, Fox. Danke. Jetzt fängt er gleich wieder an, mit der Gitarre zu spielen. Was habe ich verpasst? Der hat die Gitarre zu Hause. Oh, nein. Das hättest du mir ja auch mal vorher sagen können. So. Aber ich wollte auch was ganz anderes tun. No. So, ja, ich mach... Hallo, du stehst im Weg. Das macht nichts. Nur Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, und davon habe ich genügend.